Die Nevin Subotit Stiftung ist meine Stiftung und wir sorgen schon seit vier Jahren für Gerechtigkeit in den ärmsten Regionen der Welt. Denn es ist schwer sich vorzustellen, aber es ist ein Fakt, dass achtmal so viele Menschen wie es überhaupt in Deutschland gibt gar keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das bedeutet, sie haben gar keine Chance, das Wasser, das wir hier für einen Euro kaufen können, zu trinken. Das sind Kleinkinder, das sind Säuglinge, das sind große Kinder, das sind aber auch Erwachsene, die keine andere Wahl haben. Wir kämpfen natürlich dafür, dass sie die Möglichkeit dafür bekommen, weil es ein Menschenrecht ist, aber natürlich weit davon entfernt noch realisiert und umgesetzt zu werden. Deshalb sind solche Aktionen absolut vorbildlich, denn sie entstanden aus einem Gedanken, sie entstanden mit einer authentischen Motivation, die Welt besser zu machen. Das Wetter hat mitgespielt, alle Leute hatten Spaß und es hat noch diesen sozialen Zweck erfüllt. Ich glaube, das ist ein ganz runder Tag, der allen Spaß gemacht hat und auch absolut vorbildlich ist in der Hinsicht, wie er konzipiert und auch umgesetzt wurde. Denn Spaß und Menschlichkeit steht im Vordergrund und das ist natürlich das Wichtigste.